Okay, fass auf, folgendes. Ich hab das gerade aufgenommen. Ich hab mich gerade schon übertrieben bei der Aufnahme mit Fistvoller. Hört einfach nicht auf, es ist zu witzig. Okay, folgendes. Ich spiel gerade Hearthstone Duels, ja? Einfach mal so. Und ich hab hier gerade den Paladin-Typen, der ja Units wiederbeleben kann mit einem HP. Also Todesröcheln ist nice. Krieg ich meine erste Fähigkeit. Und die macht, dass meine Todesröcheln-Fähigkeiten sofort ausgelöst werden. Jetzt hab ich hier diese wunderschöne Waffe, die als Todesröcheln-Effekt hat, dass sie plus 4, plus 2 auf eine Unit, auf der Hand gibt. Und wenn die Unit stirbt, kommt die Waffe, die Waffe mit Todesröcheln wieder, ne? Das geht hier seit 10 Minuten schon so. Seit 5 Minuten bufft die Unit sich. Die Unit ist eigentlich eine 1-1-Unit. Und hat sich auf 141, 71 gewafft. Und dann hab ich als zweite Fähigkeit genommen, in diesem Duels-Run. Entschuldigung. Dass meine Todesröcheln-Fähigkeiten nochmal ausgelöst werden. So. Jetzt läuft das seit 5 Minuten. Mein Gegner ist Todes abgefuckt schon. Ungelogen. Wir gucken seit 5 Minuten zu. Wie diese Unit ständig die Waffe wieder beschwört und neu drauf packt. Das ist absolut schrecklich. Und jetzt gleich. Wenn die Waffe fertig ist mit dem Face-Born, dann bufft die die ganze Zeit noch diese eine Unit auf der Hand, die ich habe. Es ist absolut schrecklich. Es dauert 100.000 Jahre. Total balanced. Jetzt fängt's an. Hier sieht man's. Und es ist absolut crazy, was hier passiert. Gegner, wie gesagt, komplett todesgenervt. Wie gesagt, wir haben jetzt 5 Minuten zugeguckt, wie diese Waffe neu gespawrt ist. 5 Minuten zugeguckt, wie diese Waffe neu gespawrt ist. Und jetzt gucken wir nochmal 5 Minuten zu, wie diese scheiße Unit gebafft. Ich weule halt vor Lachen zum zweiten Mal. Das ist so geisteskrank. Guckt euch die scheiße an, Duels. Let's go. Ich hab da vielleicht ein kleines Problem mit der Taktion. Man sollte sowas wie Skip-Animation bauen. Um mal kurz den Abschluss mehr zu zeigen. Wie gesagt, ich hab das schon vorher aufgenommen. Aber ja, ich hab vergessen, meinen Voice aufzunehmen vor euch. Und jetzt guck ich mir das nochmal an. Die Unit bufft sich hier feuchtsfröhlich weiter. Die ist auf 6.8. Und hier geht's jetzt weiter. Und alter Schmack. Oh Gott, ey. Blizzard, please fix your game. Ich hab das schon.